Jetzt wird es schmutzig, Elon Musk legt sich mit Ursula von der Leyen an und der gesamten Europäischen Kommission. Es soll ein illegales Angebot an X vormals Twitter gegeben haben, wenn sie Free Speech zensieren. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich beschämend und bezeichnend, was in dieser Europäischen Union inzwischen für Zustände herrschen. Es geht hier mal wieder um das Zensieren von freier Meinungsäußerung. Und es geht hier um den Digital Services Act. Die Frau Vestaccia, die zuständige Kommissarin für Wettbewerbsfragen, hat hier eine Geldstrafe gegen Twitter verhängt, weil nach ihrer Ansicht Twitter gegen gewisse Regeln der Europäischen Kommission verstößt. Sie hat das Ganze selbstverständlich hier etwas ausgeführt etc. Daraufhin hat Elon Musk dann wie folgt reagiert. Er hat öffentlich gemacht, was die Europäische Union unbedingt verhindern wollte. Ich lese mal ganz kurz auf Englisch vor. Und zwar hat die Europäische Kommission ein Angebot an X unterbreitet, dass wenn sie ohne es zu sagen still und heimlich zensieren und zwar freie Meinungsäußerungen zensieren, ohne dass man es jemandem sagt, dann werden sie keine Strafe nach dem Digital Services Act bekommen. Alle anderen Plattformen hätten diesen Deal akzeptiert. X hat es nicht getan. Das heißt, auch YouTube ist davon betroffen, aber das wissen wir schon länger. Facebook ist sowieso inzwischen nur noch eine Bot-Maschine. Da sind so viele Spam-Bots unterwegs. Ich frage mich, was sie überhaupt hauptberuflich machen bei Meta. Und X macht das hier nicht mit. Genau deswegen hat Elon Musk nämlich auch Twitter gekauft. Sie wollten ihn damals ebenfalls zensieren und ihm verbieten, seine freie Meinung zu äußern. Selbstverständlich gibt es auf X Meinungsäußerungen, die über die Grenzen dessen hinausgehen. Aber das ist ein verschwindend geringer Anteil und eben nicht die überwiegende Mehrheit. Elon Musk als reichster Mann der Welt stellt sich hier offen gegen die Europäische Kommission. Und damit vor allem gegen Ursula von der Leyen. Dieses illegale Angebot, was Elon Musk mit Sicherheit auch beweisen könnte, wenn es vor Gericht geht, das wird spannend. Ich sehe schon hunderte, wenn nicht gar tausende Strafanzeigen gegen diese Kommissarin und gegen Ursula von der Leyen. Genau wegen diesem illegalen Angebot. Ich bin vor allem gespannt, ob es hier jetzt einen Rechtsweg gegen diese Geldstrafe gibt, wie Elon Musk weitermacht. Auf jeden Fall ist der Kampf eröffnet und zwar der Kampf der Giganten, wenn ihr so wollt. Elon Musk als der Vertreter für die freie Meinungsäußerung, der X gekauft hat für ein Schweinegeld, was er mit Sicherheit inzwischen bereut, für dieses viele Geld es gekauft zu haben. Und damit wir ihn auch unterstützen, gibt es jetzt Politik mit Kopf auch bei X. Ich blende euch den Link mal oben ein und unten in der Videobeschreibung ist er auch. Ich werde mir, wenn das bald möglich ist, dann auch vielleicht den blauen Haken holen, um hier mit ein paar Euro die freie Meinungsäußerung einfach zu unterstützen, weil ich genau das geahnt habe, dass sie hinter verschlossenen Türen hier Dealen und Deals machen. Und dafür brauchen wir keine gewählten Volksvertreter. Das macht eigentlich die organisierte Kriminalität. Wenn die gewählten Volksvertreter nicht öffentlich, transparent Bericht erstatten über das, was sie tun, dann sind es am Ende auch nur eine korrupte Bande von Bekannten, die sich bereichern wollen. So ähnlich wie Clanfamilien, so ähnlich wie Mafiaorganisationen. Ich sagte eben schon, eben organisierte Kriminalität. Und dass die organisierte Kriminalität gerade in Brüssel zu Hause ist, das sehen wir immer wieder tagtäglich. Aber auch in den Niederlanden und in NRW macht sich im Moment die Mokro-Mafia breit zum Beispiel. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Unterstützt du auch Elon Musk? Dann follow doch den Account von uns hier von Politik mit Kopf einfach mal bei X. Ansonsten schreib mir mal deine Meinung zur Europäischen Kommission und zu Ursula von der Leyen. Und wie spannend du das hier findest, dass jetzt wirklich mal ein hoher, hoher Kampf der Giganten hier stattfindet. Denn ich glaube nicht, dass es Elon Musk darauf beruhen lässt, einfach diesen Twitter-Post abgesetzt zu haben und das in die Welt gesetzt zu haben. Er ist ein Kämpfer und er kämpft bis zum Schluss und er hat schon viele Schlachten gewonnen. Ja, er verliert auch manchmal, aber das wird spannend. Denn das mit der Zensur bei Twitter, das wissen wir schon aus früheren Veröffentlichungen. Aber dass es jetzt hier einen brandheißen Deal geben soll, das ist wirklich spannend. Kurz bevor die neue Kommission jetzt hier in das Amt gewählt werden soll, am 18. Juli soll es soweit sein. Und die Mehrheit für Frau von der Leyen, die ist alles andere als sicher. Es ist also nochmal spannend. Und jetzt diese Klatsche nochmal ins Gesicht. Mich freut es eigentlich. Mich freut es und Elon Musk verdient dafür unsere Unterstützung. Es ist der einzige in der westlichen Welt, der sich noch für die freie Meinungsäußerung einsetzt. Ansonsten sind wir verloren auf weiter Flur. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram und ab sofort abonniere mich auch bei X, ehemals Twitter. Dann verpasst du keines meiner Videos, du unterstützt. Die zensurfreie Berichterstattung auf Telegram und auf X. Auf YouTube muss ich manche Szenen leider manchmal auslassen. Aber das ist in Ordnung, denn die Spielregeln, sie sind vorher bekannt bei YouTube und werden nicht im Nachhinein nochmal geändert. So wie das die Europäische Kommission hier gerne hätte. Dass man, wenn die Leute sich geäußert haben, danach dann sagt, dass sie das gar nicht dürfen. Ich weiß von vornherein, was in den Richtlinien von YouTube drin steht. Und weiß, was ich sagen kann, wie weit ich gehen kann. Und bei manchen Dingen, die ihr hier vielleicht vermisst, liegt es eventuell daran, dass ich sie einfach nicht sagen kann, um nicht von YouTube herunter zu fliegen. Damit sage ich, ciao, bis bald. Gut.